So, ich sag mal gar nichts hier, ich geh mir so auf die Nerven hier alle hier, ich sag mal gar nichts hier, ja, ja, also, pff, das ist so ein Quatsch hier alles, du hast hier, da gucken sie hier ihren Kot an, du, und die eine macht da, hier, und der eine kocht das, und der eine sagt, hier, ich trinke schönen Kaffee, dabei ist Wasser, also hier, und dann haben wir mal eine Dschungelprüfung, dann auch, ja, Darnstern, nettenstern, ja, weißt du, hier so schön, du, ach ja, keine Lust hier, du, vielleicht kommt ja einer vom Pizzadienst hier, oder so, weißt du, also, leg mich am Arsch, was hier abgeht, hier im Dschungelcamp, ja, das ist so wahnsinnig, der reinste Wahnsinn, ich weiß nicht, ob das schon mal so schlimm war, wie jetzt hier, also hier, pff, alle den Eber hier, alle den Eber, komplett, hier, ist ja arg, aber also hier, was soll's hier, pff, kann man vielleicht billiger Fliege demnächst, hm, ha, ha, ha.